Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team, zusammen mit dem Axel, der Marie, der Moni, den Pascal, der ist so mehr oder weniger nur im TS-Anwesen, Martin, Pamu und natürlich unserer kleinen Sprungfeder Patrick. Hallo. Ja, jetzt ist der Moment zum Hallo sagen. Ja. Die anderen, nicht so schüchtern, kommt, traut euch. Hallo. Ja, das war Patrick. So, mein Lieben, ich gucke gerade nach Frauen. Ja, das war Janik. Hallo. Hallo. So. Okay, wollen wir jetzt Hallo in jeder Sprache durchnehmen? Hallo. Servus. Hallo. Konnichiwa. Marie. So, glaub ich, was haben wir denn noch vor Fragen? Komm, Chat, haut mal raus. Könntest du mal was tun, das hat die ganzen Tage über die Karte zu laufen? Bitte. Und zwar, der LS-Player hat die Frage gestellt, das geht natürlich an alle, logischerweise. Yeah. Ähm, was findet ihr besser, bio oder konventionell? Kommt der hat immer drauf an, wie? Hauptsache, es schmeckt. Naja, also im Sinne, im Sinne der Landwirtschaft, was, was findet ihr besser? Oder was, also was, wie ordnet ihr, bio-Landwirtschaft oder konventionelle Landwirtschaft? Welche Art von bio, da gibt es ja schon mehrere Unterschiede. Ja, allgemein, Martin, gehen wir mal, gehen wir mal von dem allgemeinen Standort aus. Also, ich sag mal so, es ist beides gut, weil bio kann gut gemacht werden, kann aber auch einfach nur so das Mindestmaß gemacht werden. Und weil konventionell heißt es dann nicht leicht, dass der alles die volle Palette nimmt, sondern vielleicht auch nur gewisse Bereiche. Aber was findest du von deinem, aus deinem Empfinden heraus, also was ist für dich persönlich, was empfindest du besser? Also jetzt nur für dich selbst? Beides ist gut. Es kommt immer auf die Gegend auch an, wie man es macht. Also ich kann jetzt jetzt sagen, bio ist besser und konventionell ist besser. Also die, also du fühlst dich da jetzt nicht zu einem, äh, 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 quasi hingezogen. Überhaupt nicht. Okay. Ein konventioneller kann es sehr gut machen, ein bio kann es aber auch sehr gut machen, also es leckt immer an die andere Form und was auch alles macht. Mhm. So, wirklich, bevorzugt ihr da weder noch. Interessant, interessant, wie sieht es bei den anderen aus? Guck mal, hat was aufs Essen am Tisch. Okay. Ich würde sagen, es gibt uns beides, zum Kochen und so. Kommt eigentlich gar nichts drauf. Wo ich Ehrwert lege ist, wo ich mir meine Sachen hole. Ah. Ja. Da lege ich schon wieder Mehrwert drauf. Okay. Weil ich, wenn ich ja Fleisch möchte, gehe ich zum Beispiel zur Metzgerei meines Vertrauens. Ja. Und jetzt sagt nicht zum Penny das Kilo Hackfleisch im Sonderangebot für 20 Cent oder irgendwas. Mhm. Also, da lege ich eher den Wert drauf, weil ich weiß, okay, die beziehen ja Fleisch, die machen das, wenn ich denen sag, ey, könnt ihr mir das so und so schneiden? Zum Beispiel beim Schäuferlaut oder sowas. Ja. Wie machen die das? So, da gehe ich eher hin. Oder direkt zum Bauern kaufen. Ah. Da weiß ich, wo es herkommt. Okay. Aber egal ob bio oder konventionell. Ja, verstehe ich. Sehe ich. Ich sehe, wie sie gehalten worden sind. Teilweise weiß ich sogar, weil ich es teilweise mit gefüttert habe. So. Okay. Darauf lege ich mehr Wert. Okay. Und das ist auch sinnvoller. Durchaus. Also, bei mir persönlich ist es ja so, wir haben ja auch im Nachbarort direkt einen Biolandwirt, der das ja von seinen Eltern mit der Schwester übernommen hat und weiterführt und allem drum und dran. Und die haben ja auch, die haben ja selbst Vermarktung und allem drum und dran. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da lieber gehe ich auch dort direkt einkaufen. Man muss dazu sagen, wir sind direkt Biolandwirt. Und es ist aber so, da bezahle ich liebend gern mehr, weil zum einen sehe ich, was halt wirklich die ganze Zeit so an Arbeit reinstecke, allem drum und dran, was aber Auflagen haben, wie was wo, was da alles auch mit rein spielt. Weil bio ist halt nicht einfach nur bio. Gibt ja, gibt ja viele Stimmungen, allem drum und dran. Gibt es natürlich auch im normalen Standort. Und auf jeden Fall gehe ich da, was das Fleisch anbelangt, auch dorthin. Also, das verstehe ich dann schon. So, aber bei euch anderen ist es dann quasi bei euch jetzt hier, zum Beispiel Moni, Maria, Pascal, Pamu, Janik Sprungli. Bei euch ist es so, Hauptsache was auf dem Teller oder? Ne, ich gehe bei uns hier vor Ort einkaufen. Wir haben auch einen Regionalbauern, der auch selber euch vertreiben tut oder auch eine Gärtnerei. Die machen komplettes Obstgemüle, also du kriegst dort fast alles. Die haben auch mit Gewächshäusern und allem drum und dran. Also, und das ist so eigentlich an einem sehr guten Preis. Also, und vor allen Dingen, die Qualität stimmt halt einfach nicht. Okay. Okay, okay, okay. Gönne ist Salat und Kartoffeln kann ich direkt vom Feld nehmen. Ne, also wie gesagt, bei mir muss die Qualität vom Obst stimmen. Also, wenn jetzt das Bio-Obst ausschaut, jetzt wird es gleich am nächsten Tag tot umfallen. Dann nehme ich lieber das andere. Also, es ist mir ja schon oft vorgekommen, dass das Bio einfach an sich, für den Tag, wo ich es einkauf, einfach besser ausgeschaut hat. Okay. Die Frage, ich hoffe nicht, dass die Frage kommt, ja, warum nimmst du das einfach vom Feld und zahlst du für nichts? Ein Freund von mir ist Bauer. Ja. Da schreibe ich einfach an hier, ihr habt Salat, ihr habt Salat gerade geerntet, dürft uns was wegnehmen. Ja, klar, nimm ruhig. Oder Kartoffeln, die übrig sind. Könnt ihr uns wegnehmen. Weil die einfach richtig geil können sind, die Kartoffeln und die Salate. Okay. Für Salatsorten sind das, ich glaube, so 18, 20, nee, 20 Sorten Salat pflanzen die an. Das ist interessant. Ja, und jetzt haben die Wassermelonen angepflanzt bei uns. Das ist so geil, die sind so riesig, die Dinger. Sehr vielfältig, muss man sagen. Ja, das war ein Testfeld bei denen an der Halle. Da haben die was ausprobiert. Wassermelonen musst du ja von unten wässern. Das gab es ja nicht von oben wässern. Ja, und die haben dann komplettes Schlauchsystem unten drunter gelegt. Ja, und dementsprechend dann, ja. Okay, interessant. Die Fotos sind richtig geil geworden. Interessant. Interessant. Muni, mal blöße nebenbei. Ich hätte gern einen Kredit von 500.000. Ich gehe mal in der Stadtkunde. Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, bio oder konventionell? Ja, gerne. Pascal? Also bei uns ist es halt so, oder wenn ich einkaufen bin für die Familie, ich achte eher überhaupt nicht drauf, ob es bio ist oder konventionell. So heißt es ja. Weil, da wo ich das Fleisch einkaufe fürs Grillen und so weiter, da weiß ich, ich kenne den Besitzer, ich weiß, wie das Tier gehalten wurde. Also das ist jetzt nicht bio, das weiß ich. Ja. Aber halt, kommt halt drauf an, wie die Tiere gehalten werden und wo die herkommen. Okay. Das ist so mein Blickwinkel zu diesem Bereich. Interessant. Also es ist relativ schnuppe quasi. Ja, das stimmt. Also ich glaube, es ist auch ein großer Faktor bei uns in Form von preislich. Also es gibt ja Produkte, es gibt ja, sagen wir uns jetzt einfach mal, Produkte, die werden gleich beschrieben. Das eine ist bio, das andere ist normal, konventionell. Beide haben die gleiche Qualität, aber bio ist halt teurer. Ja. Da muss man halt dann, wie gesagt, gucken, ob man es dann macht oder nicht. Und da entscheide ich mich halt dann für das Konventionelle. Okay, interessant. Ja, es ist halt, man muss halt schon sagen, bio ist schon teuer, ne? Ja. Wenn wir da mal offen und ehrlich sind. Bio ist da, ja schon. Aber ich muss halt, also beim Fleisch, wenn ich jetzt nur alleine vom Fleisch aus gehe, ne? Wenn ich da, ich kann natürlich auch bloß ein Eindruck sein, aber bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich da vom Bio-Landwurst, ne? Fleisch in die Pfanne haue, das anbrate, ne? Dann hat das in etwa noch die Größe, so wie wo es rot, äh, roh war. Na, also es ist in meinen Augen nicht so wasserhaltig. Und das, äh, finde ich schon, äh, finde ich schon wichtig. Beim Fleisch kommt es auch schon wieder darauf an, von welcher Rasse kommt es. Bei der Limousin-Crew hat er ganz anders Fleisch wie Holstein. Äh, du schau es, du schau es. Guck mal, ich habe jetzt gerade mal nebenbei ein bisschen gegoogelt und so weiter, um einfach mal so einen Vergleich zu haben. Ja. Nehmen wir jetzt mal Hähnchenschnitzel, was ich auch selber noch nicht gegessen habe. Aber, das hat im Bio-Qualität 175% Aufschlag zum konventionellen. Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Ähm, wir haben, also, äh, YouTuberinus, ihr könnt dazu natürlich auch sehr gerne, ähm, noch was in die Kommentare schreiben. Eure Meinung dazu. Aber, ähm, wir haben noch eine Frage, die ich durchaus interessant finde. Äh, äh, papim, 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 wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Und zwar, war die Frage, Ja, hey, hey, wo ist es denn? Allee, das war zu weit oben. Und zwar geht die Frage wieder an alle. Äh, ich glaube, das ist, äh, äh, eine, äh, auch sehr interessante Frage. Ähm, wie war eure Ausbildung? Welche? Also, äh, weiß nicht, wie du gemacht hast, äh, Martin, aber, also, wie war eure Ausbildung? War eine halbe Ausbildung, habe ich gesagt. Okay. Ja, also, wie gesagt, der Frage steht im Raum, wie war eure Ausbildung? Hört dazu. Ich würde sagen, ich habe noch keine vollständig abgeschlossen. Oh, okay. Meine erste Ausbildung mit viel Glück schließt die Ende August ab. Okay, ähm, darf man fragen, also, wenn du es erzählen möchtest? Ja, ähm, also, ich bin tätig im Bereich Rettungsdienst und mache halt im Moment das Vollexamen zum Notfallsanitäter, drei Jahre. Oh, das war cool. Okay. Das ist mit viel Glück Ende August vorbei. Tug er ihn an. Notfallsanitäter, das ist eine halbe Arztausbildung schon. Das ist, ja gut, du studierst halt nicht sechs Jahre, sondern nur drei Jahre. Ja, eine halbe Arztausbildung. Obwohl wir fast eigentlich das Gleiche dürften, was ein Arzt darf, nur halt nicht alle Medikamente geben. Ja. Und wie schwer ist es da in der Ausbildung, wenn du ehrlich bist? Also, gab es Momente, wo du gesagt hast, oder gibt es Momente, wo du... Also, ähm, kann ich sehr gut sagen, ja. Also, es gibt, von Beginn an der Ausbildung, gibt es echt Schwierigkeiten, weil wir halt viel Latein-Griechisch lernen. Ja. Für Fachbegriffe und so weiter. Und, ähm, dann hat die ganzen Medikamente, wo du dann halt alles Mögliche wie so eine Packung, wie so ein Beipackzettel händen musst. Und, ähm, Medikamente auswendig kennen und wirkungsweise kennen und auch eventuelle Reaktionen kennen. Reaktionen kennen, Nebenwirkungen, Wirkung, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, wann man es geben darf, wann man es nicht geben darf. Ja. Dann halt die Sosierung bei Kindern, bei Erwachsenen. Ja. Und dem. Kenn ich alles. Ich habe, ich bin bis zum Rettungszimmer gegangen. Ja, okay. Aber der lernte das ja nicht so extrem. Ja. Ich habe mal Rettungssanitäter-Ausbildung angefangen, wobei bei unserer Organisation es damals so war, der Rettungssanitäter war damals fast der Notfallassistent. Ja, okay. Ich lese gerade bei Excel im Chat, Sarah hat gerade eine Frage gestellt, ist die Ausbildung nicht relativ teuer? Gute Frage. Ja, Sarah. Ich frage, kann ich sehr gut beantworten, ja, die ist schweineteuer. Ja. Die liegt für drei Jahre im sechsstelligen Bereich. Uh, ja, halt auch die Essefest. Das ist ja wirklich, Hölla-die-Wald-Fähre. Also, jährlich, oh, ja. Also, ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber so im mittleren fünfstelligen Bereich. Okay. Und, ähm, also, wie kam es dazu? Also, was hat die Stadt bewegt, Pascal? Oder einfach bloß, weil es sich interessiert hat? Nee, also, ich hab vorher, ähm, ein feilsiges Soziales Jahr im Rettungsdienst gemacht. Da hab ich mal einen Rettungssanitäter gemacht. Ja. Ähm, bin dann, nach diesem Rettungssanitäter, hab ich dann die Arbeitsstelle gewechselt, bin dann zur Feuerwehr gegangen, im Bereich Rettungsdienst, als Angestellter. Und, ja, da erbot sich dann halt die Chance, dass ich den Notfallsinniglieder machen könnte. Und, so bin ich dann halt in diese Notfallsinniglieder Schiene gegangen. Ja. Da ich eh ein sehr hilfsbereiter Mensch bin, habe ich dann halt am Anfang so mit meinen Eltern gesprochen. Die sagten dann, ja, was ist denn jetzt hier im Krankenhaus? Nee, das ist nicht. Ja, was ist denn nur Rettungsdienst? Ja, und so bin ich dann halt auf diese Rettungsdienstschiene gekommen. Ah, okay. Interessant. Und bis jetzt nur nicht einmal bereut? Bis jetzt noch nicht. Also, wenn jetzt die Dienste noch etwas anders gelegt werden, dann wäre alles in Ordnung. Dann könnte ich auch bei mehreren Projekten bei euch mitmachen. Ja, du hast halt immer das Problem, der Dienstplan ist halt relativ, ne? Das könnte man sagen, oder? Ja, je nachdem, wo man arbeitet. Also, es gibt ja einen Rettungsdienstbereich, wo man 24 Stunden Dienste hat. Es gibt aber auch Bereiche, wo man 12 Stunden Dienste hat. Das ist ja jetzt zum Beispiel so, dass ich mit 4 Pech 5 Mal die Woche arbeiten müsste, als 12 Stunden. Ja. Ich weiß nicht, wie die Besetzung bei uns ist, aber was auf jeden Fall gesetzt ist, sind 4 Dienste die Woche. Okay. Ich glaube, ich jetzt 4 Mal die Woche arbeite, oder ob ich 2 Mal die Woche arbeite. Ja, ich kenne es, ich kenne es von meinem Papst noch so, wo er damals bei der Berufsfeuerwehr war. Er hatte immer, er hatte ja immer 24 Stunden Dienst. Das heißt quasi, wenn er ein langes Wochenende hatte, also von Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, zu Hause, hat er Mittwoch, nee, hat er Dienstag 24 Stunden gehabt, kam Mittwoch wieder, dann Mittwoch, Donnerstag frei, dann Freitag, genau, Freitag wieder Dienst, dann hat er kurzen Wechsel gehabt. Das hieß, Samstag, Sonntag zu Hause und Montag dann wieder 24 Stunden. Ja gut, aber da muss man halt wieder sagen, zwischen Beamten und Angestellten ist das halt wieder ganz anders. Da ist es nochmal komplett verschieden. Richtig, es ist komplett verschieden. Es ist gesetzlich unterschiedlich. Okay. Also für uns im Rettungsdienst, so wie man das ja im Moment liest, ist es so, dass diese 24 Stunden Dienste im Rettungsdienst rechtlich nicht in Ordnung sind. Ah, okay. Da streiten sich, hat die Leute immer noch darum, ob das wirklich stimmt oder auch nicht. Na, ihr Fall doch, was ich nur im Moment weiß. Ja. Die haben halt als Angestellte eine 39-Stunden-Woche oder 48-Stunden-Woche den Vertrag festgesetzt. Da ist halt die Bereitschaftszeit auch drin, das heißt, in der Zeit wir nichts machen. Ja. Und bei den Beamten ist es so, soviel ich es weiß, ist das 54 Stunden. Okay. Das heißt, bei denen ist es halt auch, die fahren halt nicht so extrem viel raus. Das heißt, da wo ich arbeite und deswegen können die halt den ganz normalen 24-Stunden-Dienst machen. Okay, verstehe. Das wäre bei uns auf der Wache unmöglich gewesen. In Ben-Stadt, Großstadt, also 24 Stunden, da bist du tot. Ja gut, wir haben halt auch 24 Stunden, aber bei uns ist es halt so, dass die Feuerwehr sich komplett aus dem Rettungsdienst raushält. Das machen halt nur die Angestellten. Okay, Feuerwehr ist ja wieder anders wie Rettungsdienst, Rainer. Richtig, bei uns ist es halt so, dass die Beamten auch die Notarzt-Einsatzfahrzeuge besetzen. Und der Angestellte halt nur den Rettungswagen und Tanktransportwagen. Wir hatten bei uns auf der Wache Dreischichtsystem, also dreimal acht Stunden, bis auf der Notarzt. Das waren zwölf Stunden Schichten immer. Das ist aber auch fies. Das ist aber heftig, ne? Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Also jeder war es acht Stunden und je nach Einsatzvorkommen hat vielleicht mal auf neun Stunden oder sowas. Dann hat Frühschicht gehabt, nächsten Tag Spätschicht, dann hast du mal einen Tag frei gehabt, dann waren da Nachtschichten hintereinander. Na guck, bei uns ist es eigentlich regelmäßig gleich. Bei uns ist es halt so, wir haben halt zwei Tage hintereinander Tagdienst, dann haben wir zweimal hintereinander Nachtdienst. Das heißt, wir kommen nach der ersten Nacht morgens raus und gehen abends in die nächste Nacht rein. Aber fallet ihr da eigentlich auch runter in die elf Stunden Regelung? Ja. Also wir müssen zwischen den Diensten elf Stunden Uhrzeit haben. Weil die ist ja vom Arbeitsrecht her definitiv vorgeschrieben. Ich meine, gut. Also sie kann rechtlich verkürzt werden auf zehn Stunden. Du musst aber auch beantragen. Du musst beantragen und du musst halt in der, ich glaube in den nächsten, in den nächsten zwei Wochen musst du einen Ausgleich dafür haben. Genau so ist es. Und vor allen Dingen, es muss halt auch wirklich, du kannst das ja nicht einfach so beantragen. Es muss ja schon ein triftiger Grund dafür sein, dass du als Arbeitgeber, dass dein Angestellten zumuten kannst, die Ruhepause zu verkürzen auf zehn Stunden. Richtig. Das geht ja auch nicht einfach so. Wo viele ja immer denken. Also die Thematik kenne ich aus gutem Grunde in und auswendig. Und da ist es halt immer so ein Kampf mit den Arbeitgebern, den das da auch wirklich begreiflich zu machen. Denn ich sage mal, nicht jeder Arbeitgeber denkt in Bezug auf seine Angestellten. Na, ist zwar jetzt auch ein Wandel, denn man soll dann nicht alle über einen Kampf schärmen. Aber es gibt durchaus auch viele, die da immer versuchen, so die, wie will man nennen, so die Grausstufen, die Grauszonen auszunutzen. Deswegen war da jetzt meine Frage, ob ihr da auch unter die elf Stunden fallt. Auf jeden Fall. Und wie ist denn das? Ich kenne ja, ich habe ja einen Bekannten, der macht das Ganze ja freiberuflich. Und wie setzen sich das eigentlich bei euch so zusammen? Teilberuflich? Ja, da ist quasi auch sanitätermäßig unterwegs. Oder ich weiß jetzt gar nicht, ob es direkt als Ausbilder ist oder so. Aber der macht das freiberuflich, glaube ich, beim DRK. Ah, die Organisation war ein Zug. Ja, genau. Bro, da kann ich dir überhaupt nichts zu sagen, darf ich nicht mit am Hut. Ah, okay. Aber ich muss sagen, ist es sehr, sehr, also da auch YouTuberinus, wenn ihr da euch auch auskennt oder wisst ihr gar ja was, sogar vielleicht selber das Ganze lernt. Ich finde es sehr, sehr interessant, die ganze Thematik. Fand es auch, Pascal, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schön, dass du da auch so offen einfach mal losgespatzt hast zu der Thematik. Ist immer wieder schön. Und meine Lieben, schreibt dazu gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt, wie eure Meinung sind. Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Yay. Tschüss. 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 Tschüss.